Und heute ist er bei uns, Fajat Singh, Weltmeister der 100-jährigen Marathonläufer. Guten Morgen. Geboren, man muss das Datum nochmal nennen, geboren in einem Dorf in der indischen Region Punjab. Am 1. April 1911, seit 21 Jahren, lebt er bei seinem Sohn in London. Er ist Gläubiger, Sikh. Herr Fajat Singh, die wenigsten schaffen ja hier in Deutschland von einer Ecke zur anderen zu kommen in Ihrem Alter. Sie haben Rollatoren, wenn sie noch fit sind und können laufen. Was ist Ihr Geheimrezept, dass Sie einen Marathon, dass Sie 42 Kilometer am Stück laufen können, rennen können? Was ist Ihr Geheimrezept, dass Sie einen langen Marathon wie möglich werden können? Das ist Ihr Geheimrezept. Das ist Ihr Geheimrezept. Wollen wir kurz übersetzen? Der sagt, dass das Geheimnis ist, dass der Gott bei ihm steht. Und der ist einmal von dem Tod seines Sohnes geschlagen worden. Und für ihn war das ganz klar, dass er mit der Zauberigkeit nicht mehr weitergehen wollte. Und das hat er versucht, auf den Positiven Bahn zu bringen und da hat er angefangen. Und das ist nur, den positiven Einstellungen zu leben. Also durch den Schicksalsschlag, die Kraft des Glaubens und deswegen positiv das zu machen. Aber rein mit Positivismus geht es ja bestimmt auch nicht. Wie oft trainieren Sie die Woche? Du sagst nicht, dass ich diese Training gemacht habe. Ich bin sehr schwerer. Er ist echt wie ein Schub. Er ist krank. Wenn er die Drehung, dann geht es nicht und ich schlage eigentlich. Ich bin sehr schwer und er hat mich vor. Er läuft jeden Tag für vier Stunden, auf alle Fälle. und das ist ihm sehr wichtig und mit dem Namen des Gott fängt er seinen Tag an. In dem Beitrag, den wir gerade gesehen haben, da sagten manche, er läuft wie ein 50-Jähriger, also halb so alt, wie sie tatsächlich sind. Ist das tatsächlich so? Fällt Ihnen das normale Laufen genauso leicht wie vor 20, 30 Jahren? Ich habe es nicht gesehen, sondern ich habe es nicht gesehen, sondern ich habe es nicht gesehen, sondern ich habe es nicht gesehen, dass es sich für 20 Jahre alt, wenn Sie die Verkaufung des Verkaufungen ist es einfach? Nein. Nein. Es ist einfach nicht. Es ist einfach nicht. Ich habe es einfach nicht gesehen. Es ist einfach sehr unbekannt. Ich habe es sehr angetaucht. Aber ich habe es nicht gemacht. Aber ich habe es nicht gesehen, dass ich die Schuldigte und nicht gesehen habe. Ich habe es nicht gesehen, dass ich die Schuldigte und es nicht so verantwortlich. Es ist sehr unbekannt. Es ist sehr unbekannt. Es ist nicht mehr für ihn so einfach wie vor 20 Jahren, aber der glaubt, das ist irgendwie ein Geheimkontrakt oder Agreement mit Gott und der gibt ihm diese Stärke, das zu machen. Und durch sein Laufen sammelt er auch für Charities Geld und es geht weiter an die Leute. In Frankfurt gestern, das war eine interreligiöse Staffel, so hieß das. Was hat es da genau mit sich auf? Sie waren natürlich für die SIGs dort, aber was waren sonst noch für Religionen dort? Frankfurt war ein Marathon und war ein Interreligiöse. Was hat er da? Er war ein Räumen, 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 er war ein Räumen und er war ein Räumen. Er war ein Räumen, er war ein Räumen. Er hat gesagt, es hat ihm schon sehr Spaß gemacht und für ihn ist Religion eine, was er gemeint hat, das Guru Nanak, den Gott von der Religion von SIGs, hat er gesagt, Das heißt, alle sind equal und für ihn alle sind gleich. Wir werden aus dem Punjabi hier direkt übersetzt und das macht es natürlich besonders spannend und auch ein bisschen länger. Aber eine Frage habe ich doch noch wegen des Alters. Man würde doch denken, ein 100-Jähriger, der einen Marathon läuft, in Toronto sind sie ihn ganz gelaufen, der muss ins Guinness Buch der Rekorde. Die Redaktion des Guinness Buchs der Rekorde, die glaube ich in London tatsächlich sitzt, verweigert aber den Eintrag, weil Frau Jha Singh, Sie Ihre Geburtsurkunde nicht belegen können. Woher wissen Sie, dass Sie 100 Jahre sind? Frau Jha Singh, Sie wissen, dass Sie 100 Jahre sind, dass Sie 100 Jahre sind, Sie wissen, dass Sie 100 Jahre sind? Ja, ich weiß nicht, dass Sie 100 Jahre sind, dass Sie 100 Jahre sind, dass Sie 100 Jahre sind, dass Sie 100 Jahre sind. Ja, der sagt, der kennt sich mit dieser Guinness Buch-Geschichte nicht aus. Damals, als er geboren ist, gab es solche Zertifikaten oder Zweignisse in Indien nicht und ihm ist das auch sowieso nicht wichtig. Ihm ist wichtig, dass der läuft und auf der Bahn bleibt, der positiv alles lenkt für ihn. Welche Pläne haben Sie denn noch für Ihre Zukunft und vor allem, was denken Sie, wenn Sie andere alte Menschen, die 20 Jahre jünger sind, als Sie sehen und die haben Rollator und laufen ganz schwer, denken Sie, oh Gott, das blüht mir auch noch, das könnte mir auch noch drohen? Was ist das, was der zweite Plan ist, was Sie wollen, was Sie wollen, was Sie wollen, was Sie wollen? Die sagt, dass als Mitglied von dem Club von Six in the City in London, der will weiterhin laufen, sodass es ihm und alle neben ihm oder um ihm Freude macht. Also, dass es einen Club in London gibt, der Six in the City heißt und ich das von einem Hundertjährigen erfahren muss, finde ich großartig und das, was Sie geleistet haben, finde ich auch großartig. Vielen Dank, Frau Tassik, dass Sie hier sind und Ihnen noch ein langes Laufen. Danke sehr.